Am 27. Oktober 1969 gründet Paul Horn die Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn Einstechtechnik in Gomaringen. Die Wendeschneitplatte Typ 312 ist das erste Produkt des eigenen Portfolios. Damit wandelt sich das Unternehmen 1972 vom Lohnfertiger zum Hersteller. Mit dem Umzug nach Tübingen beginnt 1974 eine neue Ära. 1982 aus der Einzelgesellschaft wird die Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn die MbH. 60 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen. 1985 wird der erste Lehrling bei Horn zum Industriemechaniker ausgebildet. Heute ist Heinz Thurau Gruppenleiter in der Konstruktion. 1989 ist ein wichtiges Jahr für Horn. In Tübingen beginnt der erste Bauabschnitt für den heutigen Firmenzitz. Im gleichen Jahr kommt das System Super Mini auf den Markt. Einstechwerkzeuge für die Innenbearbeitung von Bohrungen bis 5 mm Durchmesser. Bis heute eines der erfolgreichsten Produkte. 9. November 1989. Das Unfassbare geschieht. In Berlin fällt die Mauer. 28 Jahre deutsche Teilung sind beendet. Am 3. Oktober 1990 feiert das Land die deutsche Einheit. Das neue Jahrzehnt beginnt mit einem Wendepunkt der Geschichte. Ein Jahr später, 1991, steigt Lothar Horn in das Familienunternehmen ein. Auch für den Sohn des Firmengründers steht der Mensch, stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Neuer Impuls, Lothar Horn bringt die Internationalisierung des Unternehmens auf den Weg. 1993 erfolgt die Gründung von Horn France, 1995 von Horn UK. In den folgenden Jahren kommen Standorte in den USA, Ungarn, China, Russland, Italien, Mexiko und Tschechien hinzu. Aktuell ist Horn in mehr als 70 Ländern vertreten. Im Jahr 2004 hilft Horn, den Weltraum zu erobern. Mit dem System Super Mini werden verschiedene Bauteile der NASA Rover Spirit und Opportunity zerspahnt. Soziales Unternehmertum ist gelebte Kultur bei Horn. Ein Beispiel ist die regionale Sportförderung. Seit vielen Jahren unterstützt Horn unterschiedliche Sportangebote. Seit 2007 auch in der Paulhorn Arena in Tübingen. Die Gründung der Paulhorn Akademie 2012 markiert einen weiteren Meilenstein. Die Akademie bietet ein breit angelegtes Aus- und Weiterbildungsprogramm. Im Bereich der Metallbearbeitung entwickelte Horn ein eigenes Berufsprofil. Die Zusatzqualifikation zur Industriefachkraft für Schneidwerkzeugtechnik. Bei internationalen Wettkämpfen zeigen die Auszubildenden von Horn ihr Können. Sie starten mit einem selbstgebauten Pedalcar erfolgreich bei Rennen in England. 2013 gewinnen die Auszubildenden mit ihrem Horn-Pedalcar den Nachwuchspreis auf der Intec in Leipzig. Der 2016 fertiggestellte Neubau am Standort Tübingen umfasst 20.000 Quadratmeter und ist aktuell das größte industriell genutzte Gebäude der Stadt. Im März 2018 übernimmt Markus Horn an der Seite seines Vaters die Geschäftsführung. Gleiche Werte mit neuen Ansätzen. Der Enkel des Firmengründers steht in der Familientradition, setzt aber eigene Akzente. Er treibt die Digitalisierung des Unternehmens voran. 1500 Mitarbeiter weltweit gehören im Jubiläumsjahr 2019 zu Horn.